Hallo zusammen, ich würde mich gerne für einen wunderbaren Foundation-Kurs mit der Susanna und ganz tollen Teilnehmerinnen plus dem Jürgen bedanken, in dem sich für mich ein Aha-Erlebnis nach dem Anderen eröffnet hat. Es war unglaublich, was ich dort zeigen durfte, was ich auflösen durfte und dieses Gefühl, jetzt der Welt in einem ganz anderen, offenen, empfangenden, einladenden Wesen gegenüber zu treten und für das offen zu sein, was jetzt kommt. Liebe Susanna, liebe Gruppe, ich danke euch für diese wundervollen Tage, die wir hatten und hoffe, wir sehen uns irgendwann wieder. Tschüss, eure Barbara. Der Kurs war einfach nur wow und hätte ich nicht gedacht, dass sich so viel tut und ich sehe die Welt jetzt praktisch ganz anders und es tut mir unheimlich gut und alles ist räumig, friedlich, alles super. Danke euch. Hallo, guten Morgen. Ja, total verstruggelt, frisch aus dem Bett. Herzlichen Dank für den grandiosen Foundation. Es arbeitet voll. Ich bin tief in meinen Themen, aber danke, danke, danke. Ja, es war Zeit und es klappt jetzt und funktioniert und ja, ich freue mich aufs Leben. Dankeschön. Ja, ich bin noch total erfüllt. Diese Foundation hat so einen magischen, glitzernden, inspirierenden, erfüllenden, bereichernden Raum für mich eröffnet. Ich hätte mir das nie, nie, nie vorstellen können, dass diese vier Tage so mein ganzes, wirklich das ganze Leben, meine ganze Umgebung, meinen Körper so umkrempen könnten. Ich finde überhaupt keine Worte gerade. Ich danke euch von Herzen, liebe Susanna, lieber Jürgen und natürlich auch liebe Teilnehmer, weil ich habe wirklich keine Worte dafür. Ich bin jetzt endlich ich und ich würde jederzeit, jederzeit wiederkommen. Ich habe heute schon mit jemandem gesprochen und gesagt, geht zu Susanne und das Leben ist nicht mehr wie vorher. In dem Sinne, tausend, tausend Dank. Und wir sehen uns wieder. Auf jeden Fall. Was braucht es, damit sich neue Möglichkeiten im Leben eröffnen? Das ist ganz einfach. Den Foundation-Kurs von Susanna zusammen mit Jürgen. Es war wunder, 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 wundervoll. Wir haben ganz, ganz viele Tools kennengelernt und ich nutze sie täglich. Und ich möchte mich auch nochmal für die tolle Gruppe bedanken, für die Energie in dieser Gruppe und diese vier fantastischen Tage. Und ich vermisse euch alle total. Es hat mir sehr viel Freude gemacht. Es war ein wirklich toller Kurs. Und ich fühle mich jetzt zum ersten Mal, als wäre ich wirklich, als würde wirklich ich bestimmen, was ich tue und nicht irgendwelche Glaubenssätze oder was man halt sonst so gehört hat in seinem Leben. Außerdem hat sich für mich eine ganz neue Welt aufgetan, die ich dabei bin, jetzt erstmal zu erforschen. Und das macht sehr, sehr, sehr viel Freude. Mal schauen, was noch alles kommt. Danke dir, liebe Susanna, für diesen Kurs und für diese vier Tage. Jetzt wünsche ich euch allen eine gute Zeit und ich hoffe, dass wir uns bald mal wiedersehen. Tschüss! Tschüss!